Manhattan Cheese Kacke, E-Torte amerikanischer Machart, cremig, üppig, gut, gewissermaßen der Sündenfall gleich so schlankheitsbeflissenen New Yorker. Die Füllung wird hergestellt aus Creamchisse, Binde Strich, Punkt S-E-R, Doppelrahm, Frischkäse. Italienischstämmige Bewohner Manhattans nehmen eher ist etwas fettärmer. Der Boden besteht aus Keksbröseln und Butter. Alles in allem minus 73 Mankerl aber köstlich und zudem sehr leicht herzustellen. E-Rei-Tunzerform mit Backpapier bedecken, inneren Rand einfetten. Bat-Head 2 E-FZ-Sin, Biskuits in einen verschließbaren Gefrierbeutel füllen mit dem da überrollen, zerbröseln. Mandeln, Brösel, Zucker und Butter, eher auf dem Boden der Form fest andrücken, kalt stellen. Schmandzucker, eine Prise Salz und Puddingpulver verrühren. Mirach die Eier unterrühren. Schale der Zitrone hineinreiben, Saft die Masse auf dem Boden verteilen. Reh auf, 150 Klammer auf, besser um Luft, 130 Klammer zu, einstellen. Den Kuchen auf Schiene insgesamt 90 Minuten backen. Nach 50 Minuten abdecken, falls die Oberfläche zu stark bräunt. Im geschlossenen E-Stunde auskühlen lassen, danach kühlstellen. Am besten, trotzdem servieren mit Puderzucker, bestreuen. Zubereiten, 90 Minuten backen.